herzlich willkommen zu du hast gar nicht runter gezählt so primitiv wie du was machen wir hier philipp das ist dein let's play erzähl mir was ich weiß nicht wie die map heißt denn wir machen jetzt so ein kurzspiel so mini game da muss man hier so dinge malen die anderen müssen das halt das haben wir gestern mal angetestet das macht relativ viel fern würde für den bock hat aufzunehmen mache ich das was hier ist kein bock ich habe zu viel zu tun nee da hat er so als urlaub der sagt einfach viel du hast urlaub sagt einfach youtube scheißegal jetzt muss hoffentlich leicht bald los geht nur halte doch die zuschauer spring jetzt herunter das ander dragon ich reite ihn jetzt mal wieder geboren kannst du deine uhr zum beispiel mal so eine kiste reinlegen bist schon dabei ne mach ich nicht so jetzt muss aber vielleicht wieder gleich losgehen oder auch nicht wir müssen halt warten müssen wir acht spieler sind ihr seid alle blöd ach so ja gibt es ein englischer sorg soweit wie ich weiß zumindest kein deutscher hat man auch schon unseren spaß mit das wartet ihr gleich sehen jetzt vielleicht 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 jetzt meine guck die welt lädt aber gar nicht nach du hast du hast problem mit dem scheiß rechner so der malt jetzt was und wir müssen das hier hardcore mäßig erraten ja es ach hier ne 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 oder ne 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 ein ne 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 Achso, übrigens liebe Zuschauer, ich habe ja neben mir einen Google-Übersetzer. Also falls ich was nicht weiß, ich übersetze wohl gleich. Hä? Dildo, ja. Was soll denn das sein? Mal doch ordentlich. Er wurde nicht gemalt. Teleskop. Teleskop. Ich bin Platz 2, regt schnell auf. Ja, weil ich es eh noch erraten hatte. Ja. Mal mal los, der Typ. Nie da. Nuffin, guck mal, es ist Österreich. Da musst du wohl erst googeln. Ähm, ja. Keine Ahnung. Das hätte ich gewusst. Aber wie die alle denn anfangen zu malen. Also bei mir, äh, ich, ich schreibe auch gerne hier. Nein, aber dann halte mal die Zuschauer, das ist doch voll langweilig, das ist das Let's Play. Das ist dein Let's Play. Das ist dein Kanal. Du warst gestern unterhaltsamer, weil du nicht aufgenommen hast. Was ist denn los mit dir? Dann müssen wir erst mal wieder einfahren hier. Ich konzentriere mich. Keine Ahnung. Jetzt sind aber gerade ihre scheiß Wörter. Kondom. Aber keine Ahnung. Pirate. Das weiß ich noch. Du kannst doch nicht. Oh ja, das weiß ich. Das... Worst Pirate ever. Auf jeden Fall. Wörter schon wieder nicht hier. Gesicht. Und du? Kotzen. Nee. Y. Ich kenne gar nicht so viele Wörter. Ja. Ja, wenn du das googeln musstest, was soll ich denn da wissen? Nee. Das ist bestimmt wieder total scheiße gezeichnet. Das heißt geschreie. So. Ja, ist schwer. Nee. Jelling ist so ein Verb, oder? Also. Jelling habe ich nach Googles. Heißt geschreie. Okay. Oh. Oh, doch nicht. Ah, AFK-Schutz, AFK-Schutz. Bewegen. Ah. Ein Penis. Wir hatten gestern schon ein bisschen Wörter vorher. Müssen wir dazu sagen, ja. Ja, wenn die... Das ist eigentlich nur eins, was da oben... Pot of. Und so weiter. Das waren halt drei Wörter. Und was heißt Pot of Gold für unsere deutschen Mitbürger? Das ist ein Goldsack. Und Topf voll Geld. Goldsack. Das ist ein Sack. Vielleicht irgendwas mit Boy? Hab schon probiert. Ja, toll. Das Boy, das wussten wir schon. Gun Boy. Hä? Äh. Ach. Rainbow. Wat? Ist das nicht normalerweise ein Regenbogen? Das sind einfach nur scheiße. So, jetzt. Vier Buchstaben. Wollen wir wissen. Rainbow. Mein Gott. Oh, das ist... Ah, you people actually retarded. Ich sehe nichts. Yes. Ich habe schon gestern ganz oft gewonnen. Und du Philipps ist einfach inkompetent in dem Spiel. Was soll denn das sein? Ja, der Anfang war schon gut. Wenn du das nicht willst... Ah. Na toll. Wie hast du das Haus bekommen? Na, easy peasy. Du bist die Dusche wieder dran? Ja. So, pass auf. So. So. Schön detailliert. So, so, so. Schnell, 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 schnell. Ah. So. Ja, ich wusste. Nur ein Eimer. Klopp. 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 Na, das ist dein. So, stell mich ja wieder schon auf die Treppe. Dann immer weniger. Wie viel sind wir denn? Vier? Ja, das wäre drei, vier, fünf, sechse. Ne, fünfe sehe ich. So. Also, wenn ich noch Eimer was weiß, dann kann ich mich keiner mehr einholen. Ihr seid so scheiße einfach. Das wissen wir doch. Weil du es gestern gemalt hast. Garne war. Du hast es malen müssen. Das. Ah. Breed. Schon wieder falsch geschrieben. Baken oder so scheiße. Ganz gebrät. Wenn du das schon eingibst, dann wissen das dann auch die anderen. Ja, drinnen. Du Nubi. Halt wurde. Ne, ich brauch Frauen. Schnell noch. Schnell noch. Was soll denn das sein, hä? Mach mal Eimer. Fuck you. Halt. Ja. Was soll ich denn? Warte, das noch mehr Mal. Das ist doch schön zündig. Ja, das reicht aus, ja. Das ist ein Feuer und da oben steht schon Amp. Camp. Idiots. Soll ich das noch ein Zelt wären. Ja, man erkennt es auf jeden Fall. Wie, ist er vorbei? Ja, First Place, so sieht es aus. Und du Zweiter. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit Abstand. Mal gucken, ob ich wieder gekickt wäre. Weißt du, was Breed ist? Also B-R-E-E-D. Breed? Hm. Das wusste ich mal. Ah, ich wurde gekickt. Kommst du auch raus? Ja. Das heißt nämlich züchten. Ach ja, brüten. Hey, wer schubst mich denn hier schon wieder durch die Gegend? Ich will auch sowas haben. Wo ich andere Spieler schubsen kann. So, oh mein. Server, ne. Bist du hier schon? Ja. Server 9 oder? Server 9 geht nicht. Brauchen wir zwei Plätze. Machen wir Server 1. Ich bin jetzt auf 18 gegangen. Och. Du gehst auf Server 1. Ist einfach das. Oh, okay. Ich bin da auf neben. Hey, du musst jetzt auf mich hören. So, wie gesagt, das ist hier die Warte Lobby. Da kann man nicht viel machen. Also will rumhüpfen und ja. Und die Uhr in die Kiste legen, dann auch sterben, wenn ich wieder zurückkomme. Ach so? Kriegt man die dann wieder? Ne, die kriegst du ja nicht wieder. Hoch nach dem Tod nicht? Nein. Nein, ich hab zwei. Hättest du was gesagt, hättest du die wiedergegeben. Hab ich ja, da hast du schon die Server gewechselt. Bist du drauf jetzt hier? Ja. Oh, das hat aber Rischcash gekriegt, äh, gebracht. Ich spring zur Zahl. Was, Players 9? Wie geht denn das? So ist doch nicht schlimm. Minimal 8. Maximal 9, äh, 8. Ich will ja weg. Ich will wieder meine Ecke. Ich bin wieder Schlüsslicht. Ich bin noch, ja. So. Aber da waren noch einige verlassen. Die sind alle weg, ja. Oh, ich weiß noch, was ich siehst. Spine Circle. Keine Ahnung. Ach hier. Äh. Oh. Snail. Snail. Ich hab noch Schnecke gesucht. Ich hab Schnecke von Deutsch auf Englisch übersetzen lassen. Sagt er mir Wurm. Ey, du schummest schon, oder? Ja, ich wusste ja, was es ist. Ich wüsste nicht, wie sie weg sind. Ja, ich wusste, was es ist. Ja. So, was wird denn das jetzt hier? Ja, das. Halt. Wir sind einfach der Cheater am Werk. Ach hier. Äh, wie ist denn das Vieh? Square? Squid, genau. Aber wir sind halt keine Englischmanns. Ich spiele leider auch Minecraft auf Deutsch, von daher wird es schwer. Ach, Tintenpisch. Ja, der, der Blue Crow 309, der, 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 der weiß aber schon Bescheid, ja. Was? Underwater Booth. Irgendwas mit... SCH. Sch... Sch... Ach, Schock! Scheiße, das hab's ja schon oder was gesagt. Schock LP! Du warst zu langsam. Wie, ich war zu langsam. Ach du je, wie soll denn das gehen? Ach je, wie soll denn das gehen? Kreis? Mit... Blau. Fuck! Nothing. Nothing. Nein! Nein! Mh, mh, mh. Scheiße! Scheiße! Fuck! Alter! Hab ich fünfmal, hab ich fünfmal vermalt, tut mir leid! Das war, das war scheiße. James Bond. Es wurde reinpassen bestimmt. Ja, es passt sogar. Ja, es passt sogar mit ihr am Ende, James Bond. Ja, von Buchstaben her, da stand es eher noch nicht da. Hm. Keine Ahnung. Ach. Du warst zu langsam. Ja, sehr gut. Und du musst auseinander schreiben. Hey, warum krieg ich da keinen Punkt? Ich hab's doch echt gehabt. Hab ich nur so falsch eingegeben. Hast du da... Nee, ich hab sogar einen Punkt bekommen. Er steht drinnen beim Score gar nicht drin. Ja, ich hab's doch gar nicht drin. E-Punkt ist anscheinend zu wenig. Ach, was ist das denn? Stimmt, du, ein Boot. Ach, johl. Ist das denn ernst jetzt so? Ja, besser wird geworden, als ohne können. Wieso wussten wir denn das gerade eben schon? Na, weil das einer vorher schon reingeschrieben hat. Stimmt ja gleich auf K-Schutz am Werk hier, erst mal bewegen. Was ist das denn? Oh, tolle Träne. Ich hab wissen, wie ich war denn das. Jawohl. Hä? Ach, Quai. Oh, das hast du doch nicht mehr gewusst. Oh, das hat schon... Aber der Blue Crow, der hat cheated. Auf jeden Fall. Der hat sechs Runden, das als erster gewusst. Scheiße, das ist bestimmt so das, was ich nicht weiß. Jawohl. Das habe ich gestern schon mal gezeichnet. Aber noch eher als du. Ach nee, du malst. Hi. Ich habe auch gesagt, das habe ich gestern schon mal gezeichnet. Ja, das muss ich mir aber immer merken. Vor allem, du bist schneller, wenn du... Oben so eine Eklipse zeichnest. Dann das Ding und dann einfach hier den Eimer nimmst. Ich weiß gar nicht, was ich dann noch malen soll. Finden wir jetzt auch wohl nichts ein. Kennen. 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 Achso. Ach, das hat man gestern schon mal... Das ist aber auch ein Wort, das muss man eigentlich nicht können. Das ist aber auch ein Wort, das muss man eigentlich nicht können. Das sieht man doch jetzt, äh. Und jetzt? Könnte ja noch irgendein Tier sein, mit vier Buchstaben. Ach, Tier. Ach du Scheiße, wie soll denn das gehen? Ich krieg aber hier, vor allem meine Fresse. Ich krieg aber hier, vor allem meine Fresse. Hä? Ach. Ach. Ja, gut. Mal, mal das mal. Dann werden wir es jetzt wissen, dann ergibt das Sinn. Club war ja schon klar, aber hier hat kein Hilf. Hm. 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 Alter, wo er bist du so was? Das sieht man doch zwei Flügel. Mensch. Ah, n. Bumm. Du sieht man doch wie Flügel. Einfach auch kann man Sachen machen. So, das wird es für Tier... Ach ne, warte. Wie ist denn das? Äh. Rappel, rappel. Ach hier. Alles Noobs. Blue Grow, ich krieg dich noch. In der letzten Runde. Hä? Was soll denn das sein? Ach. Äh, jetzt... Da steht es schon drinnen. Ja. Ja, jetzt fällt man... Die Runden sind viel zu kurz die Zeit. Als bin ich, oder? Die sind genau richtig. Das ist vorletzte Runde. Jetzt schauen wir mal. Fuck. Wie soll ich das malen? Tempel. Alter. Wat? Toll. Das wurde gelöscht. Das ist ja... Oh, ne Kreuzung. Main Street. Park. Wat? Bestimmt ein schweres Wort. Ja, wie soll man denn sowas malen? Musstest du denn noch googeln? Nee. Mein Plex? Oder was? Ja, das Sofa. Wo wir drauf sind. Und das hast du gemalt? Den Spornbereich wollte ich malen. Mit die vier Ecken und der Mitte den Baum. Auf K-Schutz. Auf K-Schutz. Ich bin doch da. So. Aber mich krieg ich eh keiner mehr. Was? Nichtwister. Oh, jetzt hab ich so gewusst. Hehehehe. Sieg mit 20 Punkten, Ladies and Gentlemen. Sieg? Bist du bescheuert? Daniel! Willst du bescheuert? Ich rede ja von uns zwei ein. Oh, da müsste ich das ja immer sagen. Du bist noch dritter. Ja sicher. Wir haben ja auch immer gewusst. Na. Erstmal einen Schluck trinken. Erstmal einen Schluck trinken. Oh, hast du das Spiel verlassen. Weil du cheatest. Ja. Ist halt so. Mir werden die Worte ja immer schon angezeigt. So. Classics. Hat mich schon wieder einer gepackt und hochgeworfen. Schon wieder. Bist du schon. Bist du schon. Bist du schon. Bist du schon da. Jetzt hab ich ihn auch hochgeworfen. Ne. Ja. Ey. Komm mal her. Wo bist denn du Philipp? Ich. Wir sind hier wahrscheinlich auf unterschiedlichen Dingern am Anfang. Ich weiß jetzt wie man Leute wirft. Wie denn? Das sag ich ja noch nicht. Was nehmen wir einen Sofa 6? Anscheinend schon. Ja. 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 Aber ich glaub das geht hier draußen nicht. Hier gehts ja sowieso nö. Guck mal her. Ne. Ui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui So positionieren wir uns wieder hier. Ich könnte eigentlich mal F1 drücken oder? Ja wenn du auch Chat aufmachst. Kreis. Was macht denn der? Sing, Ing, Sting. Ah! Fishing. Das war aber gerade. Ne. Was erkennst du da draus? Nein. Wo geht's? So, pass auf. Wo? Wo ist das wieder? Ja. Entscheinen. Sehr gut. Guck mal da auf dem führenden Platz ist. Ja ich durfte ja noch ne raten jetzt. Kann ich ja nix für. Das erste Wort hast du ohne gewusst. Da hab ich nur Punkte bekommen. Ich. Ich. Das war ja geraten. Ja das Ende zählt mein Freund. Das ist schon weiter. Schwarz. Bleck. Mit X. Kann ich ja überhaupt nicht. Zurachs. Was? Das ist nur Lachs. Ach so. Was ist das nur Lachs? Äh. Um so ne Echse. Glaub ich. Kannste mal gucken. Ne du musst ja hier anfangen. Dein. 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 Der erste Buchstabe ging schon los. Oh. Langes Wort und dann kurzes Wort. Ah. Siehste. Der auffasst. Wir sind falsch. Ah. Müsst du rauspicken. Können wir solchen da mal auch zeichnen. Den. Siehste da jeden. Bist du's wie Fishing Rod geschrieben wird aus dem Kopf? Ne. Äh. Wohl. Eigentlich ist es simpel. Fishing Rod. Donnie Creeward gelieft. Wer schreibt Worte? Hm. Geht. Ne. Jetzt scheiß noch mehr. Vier Buchstaben. Seid ja sein können. Mit Haar. Haare. Haar. Hose vielleicht. Haar. 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 Hose vielleicht. Haar. ja ich habe etwas eingegeben, ich weiß noch mal was das heißt Drachen Heng? Heng heißt Drachen ich habe einfach Heng, was gibt es jetzt ein Heng Hong? dann habe ich einfach Heng und dann Ach hier äh wie ist denn das? Nee, hä? das musste ich doch selber schon mal meinen, oder? Tee, Tee, Tee Ach Huch Hä? Tornado Hab schon reingegeben, ach Tor, ooooh Ich bin das Spiel, ich will es ganz genau haben Ich habe erst Ornado reingegeben Ich habe T gedrückt und angefangen mit Schreiben, Tee, Ornado Tornado, es ist doch Tornado Bongo Was ist das? Bongo Ich habe keinen, du hast zwei Ach Laptop Tja, tsching, und das ist der Unterschied Oh, das ist ja einfach Ah Toll jetzt Was habe ich denn für inkompetente Mitspieler hier, hä? Was denn? Dass du das zuerst errätst Los, rate dir, Noobs So, wo eindeutig Du malst halt besser als alle anderen Ach Wie schnell war es ja 2, wo eindeutig Toll, jetzt habe ich dich auch noch hier vorangebracht ich glaube wenn das in a red und der rest nicht gibt es am meisten punkte ich bin mir aber nicht sicher da gibt es immer noch drei lang das wort immer rainbow ein vielleicht können das alle meine mein L Schau mal der X Ich hab nix mit X Außer Fox vielleicht Ja Habs gewusst Letterbox Ich hab den Briefkasten hingeschrieben ich hab nachgoogelt Mailbox Du sollst nicht googeln du Homo Jetzt kann ich noch nichts dafür Es wird nicht gegoogelt hier nach Briefkasten und so weiter Also wie ihr seht der Philipp ist mega unfair wenn es weiter so geht dann nehmen wir nicht mehr mit dem auf Nehmen wir nicht mehr mit dem auf Welches Tier soll es werden Manche wissen es Was soll ich dir da schämen Das ist doch ein Schaf Check Bubu 13 Punkte sehr wohl Witz Herr Philipp 1 Hörst und Nächste 2 Wieso Philipp 2 Wieso Philipp 2 Wieso Philipp 2 Wieso Platz 2 Wohnt das auch gesagt ich bin 1 Ja ein Wohnt das auch gesagt ich bin 1 Ja ein Wohnt das auch gesagt Ja Daniel 1 das gesagt Ja bin ich auch Ja das ist eindeutig ein Komet Ja Damit habe ich mich von dir distanziert Klein Distanziert 2 Punkte Ich muss es jetzt wissen egal was jetzt kommt ich muss es wissen Oh es ist die letzte Runde Runde Letzte Runde Du hast geschummelt das möchte ich mal erwähnen Geschummelt warum Wenn ich jetzt Platz 3 werde denk doch mal dran der Philipp hat geschummelt Ach Quatsch ich habe nicht geschummelt Nö Ich wusste es mir nur zu helfen Unfair Unfair Link Pistil haben wir nicht schon 3 Mal geschrieben Ich guck 9 Chat Jawoll Wöfel was sind das? Sieg Sieg über den Cheater Philipp Was ist denn ein Riffler? Ne Riffler? Ja Ne Riffler Gib doch mal dein geiles Google Ding ein Gewehr Das weißt du was willst du Was ist das? Ja klar Was ist es da noch? Ich wurde mal wieder gekickt So warte ich packe jetzt den an hier und dann werfe ich den erstmal fort Tschüss Tschüss Hehehe Sehr witzig Hey 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 Mago oder was? Welchen Server gehen wir denn? In eurem Minecraft hat ich gerade verabschiedet Ich nehme Server 2 Was? Minecraft ist es zu? Minecraft hat ich gerade verabschiedet bin wir schon mal drauf Ich bin gerade schwollt hier raus Da bist du In die Lobby und dann platz ich das Bump zu Das ging aber fix das aufmachen Oh das ging gerade schnell Mhm Mhm Die Lidl Weißt du wieviel wir schon aufgenommen haben? Nö Natürlich schlecht Du nimmst doch auf Ich hab überhaupt nicht auf die Uhr geguckt Wenn ich dich frage weißt du wie lange ich schon aufgenommen habe Dann weißt du auch nie Naja Da geht's weiter geht's Kuki ist ein Deutscher 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 So gucken wir mal Gucken wir mal Gucken wir mal Wollte ich auch gerade eingehen Ich hab nur die drei Ein bisschen Zeug da oben gesehen Naja ich hab nicht so schnell geschalten Ich hab erst wieder mal geguckt Was er schreiben will Naja Halb so wild Und Philipp holen wir schon noch einen Pott und Gold Vier Buchstaben Oha 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 Ich hab schon gedacht zuerst Was Was Wallen Was Das hat nicht schon wieder gewusst. Hä? Hä? Achso wurde es geschrieben. Ich habe Deutsch geschrieben. Mond. Guck mal, wer führender ist. Mit vier Punkten. Ja, noch. Guck mal, wer sieben Punkten führender ist. Ja, noch, du. Ja? Noch. Olaf, Olaf. Halt, ich krieg mal schon noch. Erstmal Tag. Jetzt rollt mich einer. Hör ab. Hä? Na, große Meister, weißt du es? What? Ja, weißt du es? Ja, weil er es hingeschrieben hat. Ja, aber ich war schneller als du. Du bist doch nur eine Betrüger, Sau. Aber ich war schneller als du. Jetzt schneide ich raus, du Betrüger. Philipp kann nicht ohne gewinnen. Jetzt kenne ich das Wort, ich kann nicht aufhören. Der Google Master, der ist schon unterwegs. Nee, ich suche gerade nicht. Ah, der Deutsche hat wohl doch probiert hier. Ins Englisch. Abzuleiten. Ach, mit wem? Grown. Grown. Ah, z. Grown. Irgendwie versucht, aus dem Deutschen Wort das Englische rauszuziehen. Er hat vier Buchstaben. Ich bin einfach zu langsam. Scheiße. Ich könnte kurz halten, ich könnte kurz halten. Ich bin einfach zu langsam. Das war jetzt unnötiger Strich. Hässlich. Ich wollte andeuten, dass sie springen. Mit zwölf Punkten, das ist ja einfach nur ein Scherz. Da kann ich springen. Komm, mal mal. Aber Philipp kann sich jetzt zurücklehnen mit seinen zwölf Punkten. Nee, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Doch, weiß es. Present. Woher? Der hat geschrieben Gift. Der Schreiber. Toll. Ja, du musst mal auf dem Chat achten. Ja, das sind Mongo's nicht. Tu gleich hier verbunden. Boah, die Jens hat schon immer drei Punkte. Ja, das sind Mongo's hier. Ach, da muss ich ein Punkt. Mit dem wöchlichen Spielen. Das sind nur Idioten. Das sind Mongo's hier, weil ich jetzt einmal nicht... Die schreien das entweder hin oder in Chat. Oh, das sind doch die größten Vollidioten. Das klingt zu groß. Ah, du bist... Der Philipp kann einfach nur hier ordentlich gewinnen. Philipp kann nicht gewinnen. Anständig kann er nicht gewinnen. Kann er nicht gewinnen. Gewinnen kann er nicht. Gewinnen kann er nicht. Die Zeit läuft drückwärts. So. Ja, der Dritter ist noch machbar. Oh, das sind ja alles Schummler. Oh, mein Gott. Das ist mein Idiot. Kein Jochen. Oh, das ist ja alles Schummler. Ja, das ist ja Mongo's hier. Das ist ja alles Schummler. ich weiß nicht wie es geschrieben wird was sind diese Wörter so geschrieben? candle? ne ist was anderes ja hä was ist denn das? ah scheiße warst zu schnell ja klar warst zu schnell wollt er noch dritter werden? 2x3 buchstaben? uiuiui frogdog, hotdog kann das sein? ne was mit h? hast du gegoogelt was es ist? ja zylinder he? ne kann doch was anderes sein ich weiß ne hat ja was denn für ein hat ja toll da gibt ja mehr hat ist das ein wichsspiel gerade oder was? top hat gib doch mal ein t vor du Ficksspiel hier wie soll man da zwitter werden? ich kann schon wieder aufhören ich muss das jetzt wissen ja was soll man denn da zwitter werden? ich kann das jetzt schon wieder wissen ich lief jetzt ja tschüss oh nein nicht unseren Server da her Briefkasten so ich mach jetzt hier einen Schnitt und warte auf den Philipp bis gleich ja 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 ja